endlich ist es soweit wir können alle belohnung vom cny beziehungsweise vom luna neujahr bis chinesisches neujahr event einsammeln und das machen wir heute im video denkt auf jeden fall daran alles nur einzusammeln dann habt noch zeit bis zum 30 januar um 10 uhr morgens also nicht mal den ganzen montag zeit sondern nur noch bis montag morgen sammelt auf jeden fall bis sonntag alles ein weil sonst werdet ihr es wahrscheinlich dann am montag noch vergessen das crack layout hier ist noch bis zum 2. februar am start denn dann ist ja schon dabei valentinstag am stüssel deswegen wenn ihr noch das layout genießen wollt noch bis zum 2. februar danach irgendwann kommt nämlich valentinstag ja da gibt es auch wieder große events freut euch schon mal drauf deswegen abonnieren glocke aktivieren daumen nach oben da lassen ihr verpasst nichts mehr wenn ihr hier dabei seid ja wir sammeln die belohnung ein wenn ihr wissen wo alle kisten sind wenn ich euch jetzt mal hier noch eine karte ein der wie auch schon im letzten part eingeblendet dann wisst ihr auf jeden und jetzt würde ich sagen sammeln wir sie ein erstes geschenk gregg meister fünf diamanten richtig gut zweites geschenk der tom schub aber wenn ich das gewusst hätte ich weniger schübe fahren müssen aber egal muss ja trotzdem die schlechten austauschen geschenk nummer drei eine schraube drei schrauben was zu drei geschenk nummer vier fünf mal okay es war doch ein anderer zaun ich war mir so unsicher aber ich habe ja auch im video gesagt es kann sein dass ein anderer ist okay den den hatte ich nicht es scheint auf jeden fall eine neue deco zu sein weil die kenne ich auf jeden fall nicht aber naja mit fünfen kann man nicht viel machen besser wären sechs aber okay nehmen wir mit geschenk nummer fünf zwei puzzleteile bald haben wir alle tiere endlich geschenk nummer sechs ganze in der ecke zwei küken gutscheine auch schön geschenk nummer sieben hier zwei klorollen und zu guter letzt noch geschenk nummer acht einmal diese deko was auch immer das sein soll irgendeine schriftrollen deko kenne ich nicht aber sieht auf jeden fall ganz nice aus und ja sind alle belohnung für den für schinesische neujahr beziehungsweise fürs luna neujahr also mond neujahr ja richtig richtig coole sache ich hoffe ihr habt alles eingesammelt denkt auf jeden fall immer an den creator code dann gehen das macht kommen wir jetzt auch schon da weg und holt euch hier die sachen wenn ihr euch sie holen wollt also ist natürlich ein bisschen überteuert aber wenn ihr davon was haben wollt dann könnt ihr auch mal was soll ich ganz nice und die dekoration sind echt nicht schlecht und ja den creator code da oben da lassen abonnieren danke fürs so leute haut rein und ciao ich bin flying from town to town from london to taiwan i've been all around the globe trying to protect your soul